Es gibt mal wieder tolle Neuigkeiten für Jurassic World Evolution 2, denn es kommt ein kostenloses neues Update raus für das Spiel und zwar passend zum 30. Geburtstag von Jurassic Park. Hier seht ihr auch schon ein paar Screenshots, was so alles ins Spiel kommt, aber wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter runter, denn hier stehen noch ein paar Infos. Das Ganze kommt am 8. Juni raus, kostenlos für alle Spieler, also dafür müsst ihr nichts bezahlen, das werdet ihr so zum Spiel hinzubekommen. Und es bringt über 20 neue dekorative Gegenstände in das Spiel. Außerdem kriegen wir zum Beispiel auch noch den originalen Jurassic Park Zaun und ein paar mehr Sachen. Also viel mehr steht hier eigentlich gar nicht drin an Infos, aber wir haben ja auch noch einige Screenshots, die wir uns angucken können. Und da haben wir als allererstes eine dekorative Wand. Die kann man auch im Film sehen, genau mit dem gleichen Motiv. Allerdings wurde die im Spiel natürlich so ein bisschen angepasst, damit man die auch in den Parks verwenden kann. Also so ein bisschen für den Outdoor-Bereich, weil im Film ist die ja in diesem Innovationscenter oder was das ist, also in diesem Anfangsgebäude von Jurassic Park. Und hier wurde das halt so ein bisschen mit Hackeln und allem gemacht, damit man die halt schön verwenden kann. Finde ich auch optisch sehr cool und ich finde es auch cool, dass passend dazu die Stühle und Tische, die man auch im Film sieht, die davor stehen, ins Spiel eingefügt wurden. Da frage ich mich natürlich auch, ob man dann oder ob die Besucher diese dann auch benutzen können. Sieht jetzt aktuell ehrlich gesagt nicht so aus, sonst hätte da bestimmt einer drauf gesessen. Aber das war noch nicht alles auf dem Screenshot, denn, guck mal hier, der Weg hier unten. Gerade hier an diesem Runden erkennt man das ganz gut, hier, dass er auf dem Boden ist. Kritzel lieber auch rum. Das ist ein neuer Weg auf jeden Fall. Den kennen wir so im Spiel auch noch nicht. Auf dem zweiten Screenshot können wir dann diesen Bunker sehen. Den gab es schon sehr, sehr ähnlich im Spiel. Allerdings nicht so, wie er jetzt hier zu sehen ist. So ist er halt eher wie im Film. Kann man auch, glaube ich, ganz gut sehen. Also schon sehr, sehr nah dran am Original. Finde ich auch cool. Und dürfte dann wahrscheinlich auch ein Deko-Element sein, laut dem Text. Also ich glaube nicht, dass das ein funktionierender Schutzbunker ist. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie dieses kleine Toilettenhäuschen, was es ja auch schon im Spiel gibt. Und hier ist auch noch wieder ein neuer Weg, oder? Das dürfte auch nochmal ein neuer Weg sein. Ja, cool. Und auf dem nächsten Screenshot sehen wir natürlich auch nochmal einige Sachen. Unter anderem hier dieses Schleusentor. Das kennt man ja auch aus dem Film. Da fahren sie ja ganz am Anfang durch mit den Jeeps. Und es soll ja auch einen neuen Zaun geben. Aber ich glaube, dass dieser Zaun das nicht ist. Ich meine, den Zaun, den wir hier sehen, den kannten wir schon so aus dem Spiel. Da bin ich mir aber gerade nicht zu 100% sicher. Kann das sein, dass ich mich täusche. Dann haben wir natürlich hier auch noch die Strommasten. Die gab es in Jurassic World Evolution 2 bis jetzt auch noch nicht. Die gab es, glaube ich, nur im ersten Teil. Und jetzt wurden sie anscheinend auch passend zum Jurassic Park Design in das Spiel gebracht. Und wir haben hier unten einen umgefallenen Baumstamm als Dekoration. Ich glaube, der ist so ein bisschen angelehnt an diese Gallimimus-Szene. Erinnert euch daran, wo die halt über den Baumstamm springen und sich dann verstecken, bevor sie halt von der Gallimimus-Herde überrannt werden. So sieht er zumindest auf den ersten Blick aus, würde ich sagen. Und ansonsten weiß ich nicht, ob ich hier noch was Neues erkennen kann, weil hier sind sehr, sehr viele Sachen zu sehen. Also wenn ich irgendwas übersehen sollte auf einen der Screenshots, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber ich glaube, das war es dann hier. Und das hier ist der letzte Screenshot aus dem Forum. Da haben wir diesen richtig coolen Banner. Den kennt man ja auch sehr gut aus dem Film. Das ist der, der am Ende wegfliegt in der letzten Szene. When Dinosaurs Ruled the Earth. Wurde hier auch so ein bisschen angepasst mit diesen seitlichen Stützen. Ich glaube im Film... Ich weiß gar nicht, wie das da befestigt war. Habe ich gerade nicht vor Augen. Aber das hing auf jeden Fall über diesen Skeletten. Über dem T-Rex-Skelett. Finde ich aber cool, dass die so angepasst wurden, dass man die dann auch gut im Spiel verwenden kann, die Sachen. Und dann trotzdem noch diesen nostalgischen Touch hat. Und hier gibt es auch noch neue... So Flaggen zum Aufstellen. Oder auch Banner. Ich weiß gar nicht, ob die beleuchtet sind. Vielleicht sind die auch beleuchtet. Könnte ich mir sogar vorstellen. Aber ich sehe da jetzt keine LED oder Lampe oder sowas. Deswegen ist das nur eine Mutmaßung. Finde ich aber optisch auch sehr cool, die Sachen vom Design. Und auf Twitter und Instagram wurde auch noch ein weiterer Screenshot gepostet. Nämlich dieser hier. Und da kann man einen wunderschönen Jurassic Park-Felsen erkennen. Cooles Design. Weiß ich jetzt aber nicht, ob es das so im Film gab. Kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht wurde es auch einfach so hinzugefügt. Ganz nette Deko. Ist aber schön, dass so dieses Jurassic Park-Logo in den Stein gemeißelt. Finde ich optisch auch echt cool. Ja, und ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Infos. Ach, hier seht ihr übrigens dieses Toilettenhäuschen. Aber das gab es ja schon im Spiel. Gerade gar nicht gesehen. Da sind viele coole neue Sachen. Ich freue mich da drauf. Dann kann man bestimmt mal wieder den Jurassic Park nachbauen. Ich glaube, das haben wir in Jurassic World Evolution 2 bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber diese Objekte helfen einem natürlich dabei. Ja, viel Text steht hier leider auch nicht mehr. Also ich glaube, mehr Infos gibt es hier nicht. Ich habe nur 20 neue Dekorationsobjekte. Dann steht hier noch drin, dass das Le Gigantes Mural. Ich glaube, das ist das hier, oder? Ne, ich weiß es gar nicht. Ich habe gerade mal schnell gegoogelt. Das dürfte wirklich das hier sein. Ist das hier bei? Ne, leider nicht. Steht Kantine bei. Wie kriegen wir hier noch ein paar Infos? Bunker. Enclosure. Okay, ne, schade. Entrance. Ne, leider nicht. Aber wie gesagt, dann ist das Le Gigantes Mural. Ist dann auf jeden Fall dieses Ding hier. Dann steht hier natürlich noch der Jurassic Park Fans. Ist, glaube ich, nicht der Zaun hier auf dem Screenshot. Also ich glaube halt, das ist der Zaun, den wir schon im Spiel hatten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass es auch eine abgewandelte Variante davon ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Und ansonsten natürlich noch 20 neue dekorative Objekte. Alles kostenlos am 8. Juni. Also ich freue mich sehr auf das Update. Das wird cool. Ja, hier unten steht jetzt auch noch gerade nichts drin. Ja, dann würde ich sagen, das war dieses kurze Infovideo über das neue kostenlose Update passend zum 30. Geburtstag von Jurassic Park. Ich hoffe, ich konnte euch gut informieren. Ihr findet alle Links von den Quellen, die ich benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich selber ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ich wünsche euch. Ich wünsche euch. Man j guardian.